Haben Sie Lust auf Exotik und Abenteuer? Für ferne Kontinente brauchen Sie nicht lange zu reisen. Nehmen Sie den kürzesten Weg. Im Tierpark Hagenbeck haben Tiere aus Australien, Asien, Afrika, Amerika und natürlich Europa ein gemeinsames Zuhause. Seit mehr als 100 Jahren schlägt Hamburgs wildes Herz hier im Stadtteil Stellingen. Historische Freigehege, außergewöhnliche Bauwerke und kulturelle Veranstaltungen in Europas schönstem Park garantieren Ihnen ein unverwechselbares tierisches Erlebnis. So nah, so wild, so schön. Exotische Abenteuer lauern im Tropen-Aquarium Hagenbeck. Hüppiges Grün, farbenprächtige Vögel und quirlige Katas bilden das Begrüßungskomitee für Ihre Expedition entlang des Äquators. Im angenehmen Klima der Hamburger Tropen fühlen sich Echsen, Schlangen und Schildkröten wie zu Hause. Im Tropen-Aquarium Hagenbeck erwartet Sie eine fantastische Unterwasserwelt. Gehen Sie mit einem U-Boot auf Tauchstation mit Rochen, Moränen und Haien. Entdecken Sie die exotische Tierwelt unserer Erde mitten in Hamburg. Sie sind tierisch nah dran.